Die Renault Megane Vorführwagen steht hier zum Verkauf. Die graue Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2017. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, Navigationssystem, Traktionskontrolle, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 132 PS an das 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.